Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem Video wollen wir uns den Datentyp Array angucken. Dabei handelt es sich um Objekte, in denen wir mehrere Daten zusammenfassen können, also gewissermaßen mehrere einzelne Variablen, die wir in eine komplexere Datenstruktur zusammenfassen können. Man kann sich das im Grunde genommen so vorstellen, als wären einzelne Variablen jeweils eine Karteikarte, die einen Namen trägt und einen einzelnen Wert enthält, beispielsweise eine Zahl, eine Zeichenkette oder was auch immer. Ein Array hingegen ein Karteikasten, in dem eine Reihe von Karteikarten zusammengefasst sind. Jede einzelne Karteikarte wäre dann gewissermaßen wie eine Variable darin. Die Karteikarten sind von vorne nach hinten durchnummeriert. So kann man sich das vorstellen. Wir haben also als allererstes vorne das erste Element. Wir fangen wieder einmal bei 0 an zu zählen und dann das erste Element kann dann einen Wert enthalten, wie eine Variable einen Wert enthalten kann. Das nächste Element kann wiederum einen Wert enthalten, das nächste wiederum und so weiter. Potenziell können das beliebig viele solcher Elemente sein. Es gibt also keine feste Obergrenze, aus wie vielen Elementen ein Array besteht. Natürlich müssen wir Arrays, wie jede Variable, in unserem Programm deklarieren, um sie nutzen zu können. Wie immer schreiben wir dazu das Wort let. Dann kommt der Name des Arrays. Das ist wieder ein ganz gewöhnlicher Bezeichner. Wir können also Namen in der gleichen Weise vergeben, wie wir das bislang bei Variablen auch schon konnten. Dahinter kommt dann ein Gleichheitszeichen und dann, und das ist neu, das hatten wir so bei den einfachen Variablen, die wir bisher betrachtet haben, nicht, die Worte New Array. Dann eine öffnende und eine schließende, runde Klammer, sowie ein Semikolon, natürlich wie immer am Ende eine jede Anweisung. Auf diese Weise haben wir nun ein neues Array erzeugt und dieses ist zunächst einmal leer. Es enthält keinerlei Elemente. Wir können dem Array nun nachträglich Werte hinzufügen und das werden wir häufig so machen. Wir können ein Array aber auch gleich von Anfang an mit Werten versehen, also initialisieren. Die erste Programmzeile hier auf der Folie ist wieder eine Deklaration. Obwohl da ein Gleichheitszeichen steht, ist es erst einmal nur eine Deklaration. In der zweiten Programmzeile sehen wir eine Deklaration mit Initialisierung. Let Tutorinnen gleich New Array und dann sind da gleich Werte übergeben an dieses Array. In diesem Fall sind die Werte Zeichenketten. Das heißt, dieses Array, unser Karteikasten, wenn man bei dem Bild bleiben möchte, besteht jetzt aus lauter einzelnen Karteikarten, von denen die erste, die mit der Nummer 0 eine Zeichenkette, Vera, enthält. Die zweite Karte mit der Nummer 1 enthält eine weitere Zeichenkette, Nils in diesem Fall. Genauso wie in den einfachen Variablen, die wir bislang betrachtet haben, ein beliebiger Wert, also beispielsweise eine Zeichenkette, stehen konnte, kann hier nun in einer Zelle, in einem Element des Arrays, ebenfalls ein beliebiger Wert stehen. Der Zugriff auf die einzelnen Elemente dieses Arrays erfolgt dann dadurch, dass wir den Namen des Arrays schreiben, also zum Beispiel im ersten Fall A, und dann in eckige Klammern dahinter die Nummer des Elements schreiben, das uns gerade interessiert. Wie gesagt, sind die Karteikarten durchnummeriert. Das erste Kärtchen hat die Nummer 0. Nun enthält aber das Array A, das wir oben angelegt haben, noch gar keine Elemente. Wir können aber jetzt einfach in dieses neue Element einen Wert hineinschreiben, indem wir einfach A und dahinter in eckigen Klammern 0 schreiben, dann ein Gleichheitszeichen und dann einen Ausdruck auf die rechte Seite des Gleichheitszeichens. Das bedeutet, dass an dieser Stelle nun etwas geschrieben werden soll, und zwar das, was auf der rechten Seite des Gleichheitszeichens steht, hier also die Zahl 2000. In das Feld Nummer 1, also das zweite Element des Arrays, möchten wir gerne 2001 hineinschreiben. Nun besteht unser Karteikasten also gewissermaßen aus zwei Karteikarten. Auf der ersten steht der Wert 2000 und auf der zweiten der Wert 2001. Und das ist es dann auch schon. Mehr ist in diesem Karteikasten nicht drin. Wir könnten jetzt jederzeit weitere Elemente hinzufügen, sogar mit größeren Nummern. Dann bleiben gewissermaßen Plätze zwischen den mit Werten belegten Elementen leer. Das ist allerdings etwas, was man normalerweise vermeiden möchte. Das zweite Beispiel dort unten zeigt nun, wie wir lesend auf ein Array-Element zugreifen können. In unserem Array-Tutorinnen stehen ja bereits Werte. Dafür hat ja unsere Initialisierung gesorgt. Dann können wir auf ein Element in der gleichen Weise wie eben zugreifen. Wir schreiben den Namen des Arrays und dahinter eine eckige Klammer, die Nummer des Elements, für das wir uns interessieren. Ich kann also jetzt beispielsweise auf die Position 0 zugreifen. Das wäre dann hier die Zeichenkette VERA. Hier steht nun Tutorin an der Stelle 0. Die eckigen Klammern kann man lesen als an der Stelle auf der rechten Seite des Gleichheitszeichens. Dieser Wert, also die Zeichenkette VERA, wird so nun der variablen Name zugewiesen, die in dieser Programmzeile deklariert und initialisiert wird. Anschließend enthält also die variablen Name ebenfalls die Zeichenkette VERA. Wir können also auch ein einzelnes Element aus einem Array herausholen und in einer einfachen Variable speichern. Insofern können wir ein einzelnes Element immer genau wie eine normale Variable behandeln und überall dort, wo wir bislang eine einfache Variable verwendet haben, auch ein einzelnes Array-Element verwenden. Das Array als Ganzes ist hingegen ein Kompositum aus ganz vielen Elementen, typischerweise von gleichartigen Elementen. Das muss tatsächlich nicht unbedingt so sein, aber häufig speichert man gleichartige Elemente in einem Array. Eine Frage, die uns immer wieder umtreiben wird, ist die, wie viele Elemente sich zu einem gegebenen Zeitpunkt in einem Array befinden. Wir hatten eben das Array A gesehen, in dem sich nur zwei Elemente befanden. Wir als Menschen sehen das zumindest bei nicht zu großen Arrays durch Scharfes hingucken, aber woher sei es das Programm, wie viele Elemente in dem Array sind? Oder auch das zweite Array mit den Tutorien, das wir eben gesehen haben, wie viele Elemente enthielt das? Auch das muss man also irgendwie im Programm herausfinden können. Dafür gibt es etwas, das man eine Eigenschaft nennt. Auf solche Eigenschaften gehen wir demnächst noch ausführlicher ein. Alle Arrays besitzen eine Eigenschaft mit dem Namen Length, die, wie der Name nahelegt, die Länge des Arrays angibt, also die Anzahl der im Array enthaltenen Elemente. Um diese Eigenschaft zu nutzen, also auf sie zuzugreifen, schreiben wir einfach einen Punkt direkt hinten an den Namen des Arrays. Wenn uns also das Array Tutorinnen interessiert, schreiben wir an Tutorinnen hinten einfach einen Punkt und direkt dahinter das Wort Length. Wichtig ist, dass zwischen dem Namen des Arrays und dem Punkt, sowie zwischen dem Punkt und dem Length keinerlei Leerzeichen stehen. Bei dieser Eigenschaft handelt es sich um eine Zahl und diese Zahl wird gewissermaßen von JavaScript verwaltet. Sie gibt uns immer garantiert die aktuelle Länge des Arrays an. Bei dem Array A auf der letzten Folie besitzt A Punkt Length direkt nach der Deklaration den Wert 0. Es waren zu dem Zeitpunkt ja noch keine Elemente in dem Array. Nach der ersten Zuweisung A an der Stelle 0 wird auf 2000 gesetzt, wäre A Punkt Length gleich 1 und nach der zweiten Zuweisung dann gleich 2. Und bei dem Array Tutorinnen von eben wurde Tutorinnen Punkt Length bereits nach der Deklaration, die ja mit einer Initialisierung erfolgte, den Wert 4 enthalten, weil dort vier Zeichenketten gespeichert waren. Warum sind wir überhaupt an der Länge von Arrays interessiert? Während wir zwar die einzelnen Elemente eines Arrays wie einfache Variablen behandeln können, können wir das mit dem komplexen Kompositum, das ein Array darstellt, nicht ohne weiteres. Beispielsweise können wir in der Regel nicht einfach ein Array in ein Dokument hinein ausgeben, indem wir es an DocumentWrite übergeben. Dabei kommt zwar etwas heraus, aber meist nicht das, was wir wollen. Häufig wollen wir da tollere Sachen machen, die wir alle noch kennenlernen werden und dafür müssen wir immer wieder mal ein solches Array durchlaufen und uns dabei um jedes Array-Element einzeln kümmern. Eine andere Fragestellung, die uns häufig begegnen wird, ist die, dass wir vielleicht ein bestimmtes Element in einem Array finden wollen. Nehmen wir zum Beispiel einmal an, wir hätten in einem Array alle Produkte unseres Webshops gespeichert, also einen großen Produktkatalog. In dem Array stehen also lauter Produkte, die wir verkaufen wollen und wir wissen jetzt, dass wir das Produkt mit der Bestellnummer 4711 suchen. Dann müssen wir das irgendwie in diesem Array finden, denn wir wollen ja dem Kunden vermutlich nur die Information über dieses eine Produkt anzeigen, denn alle anderen Produkte, alle anderen Elemente unseres Arrays interessieren in dem Augenblick nicht. Da wir aber in der Regel nicht wissen, welche Produktnummern genau an welchen Stellen in dem Array stehen, müssen wir dieses häufig von vorne bis nach hinten durchlaufen und können auf diese Weise dann hoffentlich das passende Element finden. Und vielleicht ist auch gar kein Element mit dieser Nummer enthalten, dann müssen wir auch das feststellen und dem Kunden zurückmelden können. Dafür gibt es gewissermaßen eine stehende Redewendung, eine Phrase, die wir immer und immer wieder verwenden werden. Wir haben im letzten Video die Vorschleife kennengelernt, die uns hier sehr gute Dienste leisten kann. Gleichzeitig ist dies wohl eine der wichtigsten Anwendungen des Konstrukt Vorschleife. Um ein Array von vorne bis hinten zu durchlaufen, gehen wir dann so vor, dass wir einen Index deklarieren, einen Zahlenwert, mit dem wir nacheinander alle Elemente des Arrays ansprechen können. Oft nennt man diesen Index i, wie es der Buchstabe nahelegt, aber man kann natürlich wie immer einen beliebigen Namen verwenden. Wir deklarieren also eine Variable i und initialisieren sie mit dem Wert 0. Wenn wir uns dann das Array Tutorien an der Stelle i angucken, ist das in diesem Moment ja Tutorien an der Stelle 0, weil i den Wert 0 hat. Wir betrachten in diesem Moment also das erste Element, das 0. Element, wenn man das so sagen möchte, und können damit irgendetwas machen, es beispielsweise in unser Dokument mit document.write schreiben. Das ist ja eine einfache Variable, sodass dies hier geht. Für korrektes HTML müssen wir natürlich noch sorgen, das blinden wir im Augenblick einmal aus. Schauen wir uns jetzt einmal genauer diese Schleife an. Das Hübsche an der Fondschleife ist ja, dass wir alles, was für den Durchlauf wichtig ist, kompakt an dieser einen Stelle hinter dem Wörtchen Fonds stehen haben. In diesen Klammern direkt hinter dem Fonds steht die gesamte Bedingung, von wo bis wo die Schleife läuft. Hier nämlich von i gleich 0, solange i kleiner als Tutorienpunkt Lenk ist. Wenn wir hier das Array Tutorien von der Folie eben durchlaufen, hat das vier Elemente. Tutorienpunkt Lenk ist also gleich 4. Damit läuft diese Schleife, solange i kleiner als 4 ist. In jeder Runde wird i um 1 erhöht. Und die Erhöhung findet, so haben wir im letzten Video gelernt, immer erst nach der Ausführung der Anweisung im Schleifenrumpf statt. Zunächst wird also für i gleich 0 die Anweisung Document Right und dann in runden Klammern Tutorien an der Stelle i aufgerufen. Zunächst also an der Stelle 0. Dann wird i in der Fondschleife um 1 erhöht und anschließend wieder Document Right von Tutorien an der Stelle i, also jetzt an der Stelle 1 aufgerufen. Dann wird i auf 2 erhöht und wieder dasselbe Spiel. Tutorien an der Stelle 2 wird ausgegeben. Dann wird i auf 3 erhöht. Auf 4. Was passiert da? Na, dazu kommen wir nicht mehr, weil die Bedingung ja besagt, dass die Schleife so lange durchlaufen wird, wie i kleiner als Tutorienpunkt Lenk ist. Letztere Eigenschaft hat aber den Wert 4 und das bedeutet, dass wir auf die vierte Position des Arrays gar nicht mehr zugreifen. Und das ist auch gut so, denn diese Position gibt es ja gar nicht, da wir ja bei 0 angefangen haben zu zählen. Diese Schleife, die wir hier sehen, durchläuft das Array von vorne nach hinten und gibt die einzelnen Elemente aus. Das ist etwas, das ihr so weit wie möglich verinnerlichen solltet, denn eine solche oder zumindest sehr ähnliche Schleifen werden wir immer wieder verwenden. Was hier, wie gerade schon angedeutet, allerdings noch fehlt, wir geben hier kein korrektes HTML aus. Dafür müssen wir noch sorgen. Das können wir auf verschiedene Arten machen. Zum Beispiel, indem wir vorne vor die Schleife an meiner DocumentWrite, in runden Klammern, das P-Tag in einfache Anführungszeichen schreiben, also ein öffnendes P-Tag und hinter die Schleife mit DocumentWrite ein schließendes P-Tag. Dann haben wir ein P-Element, also eine Absatzumgebung, in der alle Tutorinnen stehen. Das sieht auch nicht gerade schön aus, wäre aber zumindest korrektes HTML. Wir könnten uns auch überlegen, wie wir jedes einzelne Element, also den Namen jeder einzelnen Tutorin, auch mit geeigneten HTML-Tags ausgeben könnten. Auch das geht, wollen wir an dieser Stelle aber noch nicht machen. Das Zusammenspiel zwischen JavaScript und HTML gucken wir uns zu einem späteren Zeitpunkt noch sehr viel ausführlicher an. Wir lernen jetzt im Moment erst einmal nur die Grundzüge kennen. Kurz zusammengefasst noch einmal, wir können auf die Länge eines Arrays zugreifen, indem wir die Eigenschaft Length benutzen. Und wir können mithilfe dieser Eigenschaft eine Schleife bauen, die ein Array von vorne bis hinten durchläuft. In dieser Schleife können wir irgendetwas mit den einzelnen Elementen machen. Hier haben wir sie ausgegeben, aber wir könnten, wie gesagt, auch ein Element suchen oder ganz viele andere Dinge machen. Diese Schleife wird eine Phrase sein, die wir immer und immer wieder benutzen werden. Die wird uns noch etliche Male wieder begegnen und uns sehr nützliche Dienste leisten. Insofern versucht auf jeden Fall zu verstehen, was wir hier gerade gemacht haben. In den nächsten Videos werden wir uns ein wenig mit der Ein- und Ausgabe in Verbindung mit HTML beschäftigen. Und dann vor allem das nächstkomplexere Konstrukt kennenlernen, nämlich die sogenannten Funktionen, mit denen wir Teilaufgaben aus unserem Programm auslagern können, um so das Rad nicht jedes Mal neu zu erfinden, sondern Aufgaben gewissermaßen an Spezialisten delegieren zu können. Darum kümmern wir uns dann in Kürze. Tschüss, bis zum nächsten Video. Tschüss, bis zum nächsten Video.